So, herzlich willkommen zur Bierverkostung. Wie heißt das Bier? Zeig doch mal, das ist grüner. Grüner. Grüner heißt das Bier im Inner City. Wenn die das sehen auf YouTube. Ja, das sind die Verkostung. Was sagt ihr zu dem Bier? Fantastisch. Gut. Perfekt, jetzt tu ich das mal bewerten. Das ist ein wunderbares goldgelbes Bier. Feinbärlich. Wunderbar. Was hat die gekostet? 35 Euro, 10 Meter. Das ist sehr teuer. Da gibt es für den Preis noch eins von 5 Sterne. Richtig, da kriegst du schon mit 10 Euro zwei Kästen Rettung an. Ja. So, aber sonst gibt es 5 von 5 auf den Schaum und auf den Biergeschmack. Wasser, fertig, kühlen. Auf die Kühlung gibt es auch nochmal 5 von 5. Der Olli erklärt euch jetzt das Kühlsystem. Nee, da muss es immer schon anlegen. Ja, das ist außen warm und innen kalt. Das ist das Kühlsystem. Bitte nicht werfen, warum das Hebelchen? Du musst nur umblicken, weil es ist kalt. Ach echt? Das war der, guck, also das System, das besteht aus dem Hebel hier. Was sagt ihr zu dem Bier? Das ist ja schon geil. Bis gut. Super, Lecker. Stoß, manier, und der Olli auch. Zum Wohl. Das wird ein klasse Video. Ich bitte um mehr Donations, das fast hat 25 Euro gekostet. Tschüss. Das wird ein klasse Video. Vielen Dank.